Der Open Campus ist der Infotag der Uni Köln. Hier könnt ihr vorbeikommen und euch zum Studium an der Uni Köln informieren. Ihr findet vielfältige Beratungsangebote. Ihr habt alle zentralen Einrichtungen und auch externe Einrichtungen, die euch hier beraten. Und die Fakultäten machen auch Beratungen und auch Schnuppervorlesungen, die ihr besuchen könnt, um einfach mal so einen Einblick in das Leben an der Uni Köln zu erhalten. Ich bin selber Studentin an der Universität zu Köln und habe auch vor vier Jahren im Open Campus teilgenommen. Mir hat das sehr geholfen, insbesondere da ich mir noch nicht ganz sicher war, in welche Richtung es eigentlich für mich gehen sollte. Ich habe mich hier inspirieren lassen, in Probevorlesungen reingeschnuppert und mich sogar auch individuell beraten lassen. Mir hat das sehr geholfen. Wenn ihr Lust habt, kommt auf jeden Fall auch vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.